Musik Ja, auch ein Jahresrückblick hat in diesen Zeiten vor allem ein Thema. Richtig, wir werden um Corona nicht herumkommen. In dieser Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren sprechen wir mit der Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse über ein paar Themen des vergangenen Jahres. Ja, Frau Zinnecker, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns einmal noch aufs letzte Jahr zurückzuschauen. Es gab ja auch die Kommunalwahlen, da wurden Sie auch im Amt bestätigt. Hatten Sie sich eigentlich Ihre neue Legislatur so vorgestellt? Natürlich habe ich mir die neue Legislaturperiode keinesfalls so vorgestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass kein Mensch im ganzen Land sich das vorstellen konnte oder kann, was uns da jetzt dann erwartet hat. Wenn ich das vor einem Jahr erzählt hätte, hätte man wahrscheinlich gedacht, das kommt irgendwie aus einem Katastrophenfilm. Also und das hat wirklich vieles auf den Kopf gestellt. Eben, genau. Das hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt, aber natürlich auch die Arbeit hier im Landratsamt. Und wenn man hier so durchgeht, soll man natürlich nicht, weil es sollen natürlich sehr wenige Personen hier sein. Aber es gibt nahezu keinen Raum, wo nicht daran gearbeitet wird, an der Nachverfolgung zum Beispiel. Wie sieht das hier aus, der Alltag hier? Also wir haben natürlich im Januar letztes Jahr war Corona noch eine Lungenkrankheit in China, die uns nicht betrifft. Am 1. März hat uns die Realität im Ostergäu eingeholt, da hatten wir den ersten Fall. Und ab dem Zeitpunkt war das Gesundheitsamt im Fokus gefördert. Wir haben dann die Führungsgruppe Katastrophenschutz wieder installiert. Wir haben die Abläufe organisiert. Wir haben im letzten Jahr personell massiv das Gesundheitsamt verstärkt. Wir haben Mitarbeiter eingestellt. Wir haben eine Hotline eingerichtet, die wir immer noch natürlich weiterverfolgen. Wir sind ja noch lange nicht aus der Pandemie raus. Wir haben Materiallieferungen organisiert. Wir haben in kürzester Zeit ein Testzentrum eingerichtet und jetzt aktuell ein Impfzentrum mit mobilen Impfteams. Also die Herausforderungen, die kurzfristigen, sind sehr, sehr hoch. Und es geht nur, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend engagiert, Mitarbeitern, da sage ich ganz herzlichen Dank. Und wir haben auch Unterstützung von außen, die Bundeswehr, die Polizei, andere Behörden und natürlich der Freistaat, der neue Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung beschlossen hat, die wir im Windeseile ausgeschrieben und eingestellt haben. Nichtsdestotrotz ist es eine große Aufgabe. Es wird uns auch in 2021 weiter beschäftigen. Und die Aufgaben im Landratsamt, die traditionellen, die üblichen, die sind natürlich weiterhin vorhanden. Die haben wir auch weiterhin verfolgt, so gut es geht. Wir haben viele Mitarbeiter abgestellt ins Gesundheitsamt. Und nichtsdestotrotz haben wir dann festgestellt, am Ende des Jahres, wir haben ganz, ganz viele Projekte trotzdem realisieren können. Ja, genau, das normale Leben geht ja trotzdem weiter, auch wenn man es kaum glauben mag. Aber was haben Sie denn, was waren so Projekte, die Sie doch zu Ende gebracht haben oder zumindest angestoßen haben? Also so beispielhaft letztes Jahr 2020, jetzt gerade bei der Infrastruktur, da haben wir den neuen Kreisbauhof in Dösingen fertiggestellt. Die Einweihungsfeier ist natürlich wegen Corona ausgefallen, aber nichtsdestotrotz, der Bauhof ist in Betrieb. Wir haben im Frühjahr die Ortsdorffahrt Fronten neu gestaltet. Wir haben die Bad Holzhofen-Ortsumfahrung. Der Tunnel ist zwar Corona-bedingt verzögert, aber die Ortsumfahrung selber für Bad Holzhofen nach Marktoberdorf, die konnten wir eröffnen. Und wir haben auch im Nachhinein in weiser Voraussicht die Digitalisierung in unseren Schulen die letzten Jahre schon angepackt mit einem großen Paket und jetzt nochmal forciert und auch die Digitalisierung im Landratsamt. Wir haben viele Dinge auch jetzt online-mäßig mit Videokonferenz und Telefonkonferenz abgewickelt und machen nur die notwendigsten Besprechungen und Sitzungen nur, die es braucht mit Abstand natürlich hier im Landratsamt. Also ein vielfältiges Aufgabengebiet 2020, das trotzdem laufen musste, muss man ganz klar sagen. Und jetzt steht der Haushalt 2021 an. Da haben wir ja auch in den Ausschüssen schon entsprechende Beschlüsse gefasst. Auch da ist es so, dass wir 2021 uns als Vorgabe gegeben haben. Wir wollen viele Dinge unterstützen, die Kultur, die Wirtschaft. Also uns ist es wichtig, dass wir das auf dem Niveau halten wollen, das wir jetzt haben. Und insofern ist das auch im Haushalt 2021 wieder vorgesehen. Schwingt da doch ein bisschen Hoffnung mit, wenn Sie zumindest die Kultur wieder richtig mit einplanen. Was ist denn da so ein Wunsch von Ihnen für 2021? Also wir haben 2020 auch die kulturelle Förderung, auch wenn die Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, trotzdem ausbezahlt, weil viele Dinge sind online gelaufen, die Kultureinrichtungen entsprechend unterstützt. Das Festspielhaus war das große Thema, viele, viele, lange, lange Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann 2021 wieder so weit kommen, dass Veranstaltungen möglich sind. Es sind alle in Hab-Acht-Stellung. Die Hoffnung ist, dass 2021 insgesamt besser wird von der Entwicklung her. Die Impfungen wirken, weil das ist momentan die Möglichkeit, wie wir einigermaßen wieder zur Normalität irgendwann zurückkommen, sofern ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Aber nichtsdestotrotz wird 2021 uns Corona nach wie vor beschäftigen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube auch, so wird es sein. Dann vielen Dank und gutes Gelingen für dieses Jahr. Und wir haben über das vergangenen Jahr natürlich auch mit Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse gesprochen. Ja, Herr Bosse, im vergangenen Jahr haben Sie vielfach in Ihrem YouTube-Kanal immer wieder verschiedene Inzidenzzahlen auch präsentiert. Und da war ja im Prinzip alles dabei. Also von über 200 bis unter 50 jetzt. Das sah auch schon mal anders aus. Also Kaufbeuren galt ja auch mal als der Hotspot in Deutschland. Können Sie sich an den Tag noch erinnern? Was war das für ein Gefühl? Also ein zweifelhafter Ruhm zunächst mal wahrscheinlich. Das ist eine ganz schwierige Situation, weil natürlich das Medieninteresse, das Interesse der Öffentlichkeit auf diese Kommune richtet. Und man sagt, ist da irgendwas passiert? War man da besonders fahrlässig, unvorsichtig? Und da muss man erst mal erklären, wie es dazu gekommen ist. In dem Fall, kann ich mich noch gut erinnern, war es im September der Ausbruch im Alten- und Pflegeheim im Gartenweg. Und obwohl wir damals einen Wert, meine ich, von knapp über 50 nur hatten, waren wir zu dem Zeitpunkt eben bundesweit mit der höchsten Inzidenz belastet. Und da kam dann sogar das ZDF im Übrigen. Und ich war im Heute-Journal auf einmal mitten in der Halbzeit von einem Fußballspiel wurde ich dann interviewt. Und da haben natürlich viele nachgefragt, was da los ist. Heute wären wir mit diesen Inzidenzwerten wiederum ganz glücklich. Der Vergleich ist der Anfang aller Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Die Corona-Regeln, die überall gelten, die stoßen natürlich hier und da auf Unverständnis, auf Kritik. Teilweise berechtigt, teilweise auch sehr übertrieben. Auch in Kaufbeuren gab es Demonstrationen, unter anderem von der sogenannten Querdenker-Bewegung, Querdenken. Sie haben sich dann vor das Rathaus gestellt und mit den Leuten geredet und auch konkrete Fragen beantwortet. Wie war das? Was war das für eine Situation? Und haben Sie das Gefühl, da irgendwas erreicht zu haben? Zunächst mal bin ich eingeladen worden, dort zu sprechen und zu erklären, warum wir die Maskenpflicht für die Grundschulkinder jetzt unterstützen. Und das war für mich eine sehr anstrengende Situation, weil natürlich viel Protest da war, viel Widerspruch. Ich bin da auch angeschrien worden. Auf der anderen Seite muss Politik, meine ich, auch die Möglichkeit geben, Antworten zu versuchen, den Leuten Erklärungen anzubieten. Oder auch einfach mal nur die Wut entgegenzunehmen. Und dem Verständnis folgend bin ich da hingegangen. Ich konnte auch wirklich die Argumente anbringen. Also man hat mir die Möglichkeit gegeben, ausreichend zu sprechen. Und ich habe im Nachhinein viele positive Reaktionen bekommen. Aus der Demonstration selber waren es einige, die dann auch mir nochmal Unterlagen gegeben haben. Aber es haben mich auch viele andere angesprochen, die gesagt haben, Chapeau, dass Sie da hingegangen sind. Gut, dass Sie das gemacht haben. Also gab es auch noch einen Nachklapp. Also es wurde noch geredet hinterher. Bis letzte Woche hält ein Auto an und sagt, übrigens, eins wollte ich Ihnen sagen, ich fand es gut, dass Sie da hingegangen sind. Jetzt hat ja Corona natürlich wie überall die Stadtpolitik bestimmt dieses Jahr. Da ist sehr viel liegen geblieben, wahrscheinlich, was normalerweise geplant worden wäre. Ja, gibt es denn so ein, zwei Sachen, die trotz Corona geklappt haben oder so was? Der Alltag, der Betrieb läuft ja weiter. Ja, das bleibt ja alles nicht stehen. Und die Themen drängeln sich ja dann auch auf. Haben Sie denn einige Sachen durchkriegen können, trotz der ganzen Umstände? Die Arbeit ist natürlich weitergegangen. Es war ein ganz schwieriges Jahr, was das Thema Zusammenarbeit, Kommunikation angegangen ist. Wir hatten ja jetzt auch den neuen Stadtrat einarbeiten müssen. Da die ersten Schritte gemeinsam unternommen. Und trotzdem sind viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht worden. Zuletzt jetzt das Fuß- und Radwegekonzept, das für mindestens, sage ich mal, sieben Jahre die Grundlage für unsere Arbeit sein wird, was die Entwicklung des Fuß- und Radwegesystems in Kaufbeuren angeht. Es ist zum Beispiel sichtbar das Eistadion verschwunden. Das alte Eistadion ist abgebrochen worden. Wir reden noch über die Folgenutzung. Also in allen Bereichen ist Bewegung. Aber vieles ist momentan eben für die Bürger nicht in dem Maße sichtbar und nachvollziehbar, wie es wäre, wenn wir Bürgerversammlungen abgehalten hätten. Oder eben auch unsere Sitzungen mit weniger Aufwand zu besuchen wären. Ich kann mich an unseren letzten Jahresrückblick-Talk erinnern. Da haben Sie noch den Wunsch verspürt, das Stadion vielleicht sogar zu sprengen. Daraus ist leider nichts geworden. Es wäre die aufwendigere Lösung gewesen. Und ich war jetzt überrascht, wie geschickt das Abbruchunternehmen hier das Stadion zurückgebaut hat. Es war im Prinzip die Bauabwicklung rückwärts. Und das hat jetzt ganz hervorragend geklappt und ist natürlich gegenüber einer Sprengung unspektakulär, aber durchaus sehr effektiv gewesen. Ein bisschen mehr spektakulär fand ich. Da durfte ich auch dabei sein, als die ersten vier Stolpersteine in Kaufbeuren verlegt wurden. Das war im September. Da war auch der Künstler Gunther Demnig selber da. Ist das wichtig für eine Stadt wie Kaufbeuren, so etwas zu haben, zu präsentieren? Es ist für uns hier in Kaufbeuren wichtig. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren sehr intensiv mit der Phase des Nationalsozialismus. Natürlich geprägt durch die schrecklichen Ereignisse im heutigen Bezirkskrankenhaus, die Euthanasie-Morde. Aber es hat eben darüber hinaus auch in der Zivilbevölkerung Opfer gegeben. Und es war schön, jetzt durch diese Stolpersteinverlegung verschiedene Schicksale einfach noch in den Vordergrund zu rücken. Ich fand das sehr bewegend und habe auch darauf sehr viel positive Resonanz erfahren. Die Menschen sind sehr interessiert daran, diese sehr dunkle Periode aufgehellt zu bekommen. Zu sehen, was passiert ist, wie die Zusammenhänge sind. Und da sind wir in Kaufbeuren auf einem sehr guten Weg. Gibt es einen Plan oder vielmehr einen Wunsch für dieses Jahr, für 2021? Ich würde mir wünschen, dass wir diese Pandemie nicht nur im Sinne der Krankheitsüberwindung hinter uns lassen, sondern dass wir auch wieder zueinander finden. Dass diese tiefen Konflikte, die jetzt in unserer Gesellschaft sichtbar geworden sind, dass die beigelegt werden können. Dass die Menschen wieder auf sich besinnen und aufeinander zugehen. Und da möchte ich auch gerne einen Beitrag leisten. Das wäre für mich ein großes Ziel für 2021. Herr Bosse, vielen Dank. Und das war aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Für dieses Mal mit einem kleinen Rückblick aus Sicht der Politik. Und wer weiß, vielleicht berichten wir ja im Jahresrückblick 2021 vom Ende von Corona. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.